Das will ich auch heute machen, mit eurer Unterstützung, denn jeder ist eigentlich ein Gong. Jede Zelle ist ein Gong und jeder Planet ist ein Gong. Und wenn die Quelle das Herz ist, dann sprühen wir die Liebe in aller Richtung. Die Liebe ist die einzige Kraft, die alles heilt. Und dann haben wir den Regen und die Sonne. Wunderbar. Und die Gänse und Kraniche. Also es passt wirklich. Das ist das Zeichen für Mutter Erde, das ist ein Erdkorn, der ist auf den Ton von Mutter Erde gestimmt. Und das ist das Zeichen für Mutter Erde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020